servus und herzlich willkommen hier bei chromie.de und azerods week dieses format zeigt euch immer wieder was in der vergangenen id an news da gewesen sind rund um world of warcraft und hält euch da auf den neuesten stand außerdem zeigen wir euch natürlich auch direkt was euch in der nächsten woche erwartet ihr könnt natürlich wie immer alle news auch auf chromie.de im news archiv nachlesen wenn euch noch mal etwas explizit interessiert fangen wir also an ja die hammer news die wir dann in der id bekommen haben war ja wohl ganz klar patch 9.2 erscheint am 23 februar also nächste woche blizzard hat ein bisschen bestätigt dass der patch kommen wird hat auch dann das ende wie 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 die season wie werden die enden wann kommt der raid und sowas alles mal beschrieben dass wir es noch mal schwarz auf weiß haben kommen wir in der nächsten news auch noch mal drauf wie halt die shadowlands season enden werden die pvp season wird am 22 februar um 22 uhr enden beziehungsweise ne pst time könnt ihr hier noch mal nachlesen die unterschiedlichen für den unterschiedlichen server pools halt dann die shadowlands season 2 mythisch plus das ist ein bisschen anders da hatten wir jetzt auch schon mal so ein bisschen in den kommentaren bei anderen videos ein paar falsche kommentare hatten wir schon mal richtig gestellt und zwar an sich endet die season am 23 februar aber das gilt nur oder beziehungsweise das ist die haupt season die endet und dann fängt noch eine kleine zwischen neben season an die eine woche lang hält es ist ab dem 23 februar dann nicht mehr möglich den 0,1 prozent titel und erfolg für den gequälten held zu bekommen also für die 0,1 prozent der besten momentan stand heute liegt die wertung die ihr dort haben müsst bei 2847 also relativ hoch und das ist ab dem 23 februar nicht mehr zu machen aber der ksm ist noch in der woche danach zu holen also der keystone master schlüsselstein meister für den man das mount bekommt wo ihr eine wertung von 2000 erreichen müsst diese könnt ihr jetzt die woche machen naja bekommt jetzt nächste woche noch mal eine tyrannisch woche um dort alle in 15 in time zu spielen und dann habt ihr danach noch die woche zeit verstärkt keys zu laufen um dort falls noch ein key fehlt euch den ksm zu holen und das mount noch ab zusammen nur noch mal zur klarstellung dann hat blizzard den schlachtzug vorgestellt wie die öffnung und alles mögliche sein wird wir haben euch natürlich auch in unserer vorschau zum schlachtzug die findet ihr haben auch hier mit reingepackt die findet ihr natürlich auch unter pve rates oder unter guides oder unter der 9.2 übersicht auf alle möglichen wege findet ihr dahin und wir haben euch ja alles reingepackt was ihr wissen müsst wann geht der raid auf wann ist hc wann ist mythic wann gehen die schlachtzugs browser flügel auf reittiere welche ihr bekommt die klassen set sind hier noch mal hinterlegt natürlich auch die einzelnen bosse da werden dann jetzt in der nächsten woche die ersten guides eintrudeln die schriftlichen um euch da auf diesen raid vorzubereiten dann haben wir den geist von ecker row der ist aktiv das ist ein mount dass es damals legion gab und für archäologie kunst wir haben euch hier auf dem kanal auch könnt euch angucken noch mal ein video gemacht wie das mount easy going bekommen könnt ihr müsst euch so zwei drei stunden zeit ungefähr einplanen und könnt euch dann das mount ohne probleme holen geht ganz schnell es ist nur ein bisschen farmarbeit von archäologie ihr braucht doch nicht irgendwie archäologie hochgeskillt oder sowas das macht ihr währenddessen und es ist ziemlich einfach zu besorgen aber das mount ist halt nicht mehr lange zu erhalten beziehungsweise nur noch bis zum 23 februar bis zur nächsten id wechsel dann müsst ihr wieder sechs monate warten bis die quest für dieses mount aktiv wird also gas dann haben wir unsere guides oder haben angefangen für serif mortis für patch 9.2 die guides hier auf der seite zu implementieren und zwar das protoform synthese guide das war unser erster womit wir angefangen haben kommt ihr natürlich auch wenn ihr hier einfach auf alle news zu eternities end klickt einfach darauf klicken oder hier protoform synthese guide dort findet ihr alles möglich an reagentien wo ihr die muster für die mounts bekommt und 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 also da ist wirklich alles dabei generell einfach auf internities end klicken und hier werden bald immer mehr button zur verfügung stehen mit allen möglichen features aus 9.2 wenn es euch interessiert dann haben wir den chromies mark monday gewinner von der nummer vier gezogen und zwar die gute vulpi line hat mit ihrem wunderbaren ich möchte mal irgendwie sagen lehrer mock gewonnen sie ist gerade auf fortbildung in silbermond wurde mir zu dem bild geschrieben ein sehr cooles mock sehr cool hat gewonnen für die nächste woche also ihr könnt jetzt immer noch bei uns auf den discord kommen auf dem discord server ist ein channel mock monday dort könnt ihr eure bilder rein posten und das motto beziehungsweise das thema für diesen nächsten mock monday ist burning crusade also irgendwelche mocks die mit burning crusade zu tun haben beziehungsweise deren ausrüstung aus burning crusade stammt einsenden könnt ihr noch bis sonntag abend und dann ziehen wir am montag den nächsten mock monday gewinner dann hat blizzard die item stufe der tier set teile die von den letzten bossen droppen erhöht bei dem drittletzten boss und vorletzten boss also bei den lords des schreckens und bei regulern das sind die zwei die auch hintererst verfügbar werden ähm da war es schon immer so die letzten ähm raids das halt die gs stufe der items höher war jetzt haben wir ja neuerdings auch wieder die tier sets dabei und auch diese wurden jetzt erhöht könnt ihr hier nochmal nachlesen sie sind jeweils immer sieben item stufen höher als die aus den anderen bossen dann haben wir euch noch einen kleinen guide an die hand gelegt was ihr jetzt noch vor 92 machen könnt am besten und was ihr vielleicht nicht mehr unbedingt vor 92 machen solltet und erst danach machen könnt haben wir ein kleines video für euch auf dem youtube kanal hier könnt ihr euch heute abend noch schön reinziehen und dann wisst ihr was ihr ungefähr machen könnt als nächstes noch eine ganz coole sache ähm und zwar kommt jetzt bald das neue buch raus von christy golden zu sylvanas das buch heißt auch sylvanas ist leider momentan nur vorbestellbar auf englischsprachigen die deutsche vorbestellung ist noch nicht möglich ähm wenn ihr hier auf den link klickt sage ich euch gleich voraus das ist ein amazon affiliate link das heißt wenn ihr hierüber euch das buch bestellt dann unterstützt ihr uns ohne dabei mehr kosten zu haben und zwar hat zu diesem buch ähm patty metzen das ist die stimme im originalen von sylvanas ein kleines video gemacht um er ein bisschen die werbetrommel zu rühren ist sehr cool wer es sich anhören möchte einfach auf unseren beitrag klicken und dann das video sich anhören und natürlich das buch ist ein master für jeden der sich für die lore interessiert das wird wirklich ein sehr 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 spannendes buch wann es im deutschen verfügbar sein wird weiß ich leider nicht dann wieder ein guide zu 9.2 und zwar die erleuchteten wir haben euch in unserem guide zu den erleuchteten alles reingeparkt wo findet ihr den röstmeister was ist bei dem röstmeister zu kaufen wie sieht das zum beispiel aus die reittiere oder den wappenrock den man da kaufen kann und alles mögliche für euch drinnen dann kam heute noch mal so eine sehr coole news kommt auch später noch mal ein einzelnes video zu und zwar hat blizzard auf ihre server einen neuen ein komplett neues produkt drauf geschoben und zwar wo wdev 3 bei wo wdev ist es immer so dass es wo wdev also ohne irgendeine zahl dran steht bislang immer für die haupt patches 9 0 9 1 9 2 und so weiter dafür wird der begriff wo dev benutzt bei wo dev 2 war es so dass dies für classic war und dann für tbc classic war bei wo dev 3 können es sich jetzt echt sehr 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 gut um rolf lichkin classic handeln oder aber um die neue erweiterung 10.0 oder eventuell das warcraft mobile game da wissen wir noch überhaupt nichts leider gottes es ist noch komplett verschlüsselt es hat auch eine andere verschlüsselungsart wir können halt noch keine namen rausziehen gar nichts das wird sehr interessant und da spekulieren wir dann auch ein bisschen darüber natürlich spekulieren macht spaß das war es dann auch schon mit den news zu dieser woche kommen wir darauf was euch in der nächsten woche erwartet und zwar in der id 7 in shadowlands sind wir mittlerweile angekommen dieses jahr und zwar die mittels plus affixe sind tyrannisch inspirierend bebend und natürlich gequält noch bis nächste woche bis übernächste woche dann haben wir im torgas die kaltherst in stitia und die frakturen kann man übrig der paktangriff bis samstag ist der koreaner angriff der weltboss ist nur gas in revendorf welche beute hat könnt ihr hier sehen beziehungsweise noch mal nachlesen wenn der beitrag hier auch gleich online ist und bei den wöchentlichen events haben wir die weltquest event das heißt 20 weltquests abschließen und die bekommt extra dazu noch mal belohnungen in der rauferei haben wir die kriegshymnen keilerei und das liebe liegt in der wendluft ist noch bis zum 21 2 aktiv also ihr habt noch täglich die chance im dungeon browser chemie manufraktur krone auszuwählen und euch die liebesrakete herzbrecher zu farmen das war es dann auch für heute für erd road week ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe ihr seid jetzt auf dem neuesten stand und wenn nicht dann lest noch mal bei chromie punkt de nach wir würden uns freuen ansonsten begrüße ich euch dann gerne wieder in der nächsten ausgabe nächste woche wünsche euch noch einen schönen abend servus und ade